Hallo und willkommen auf dem Kanal Das Erste HD und ORF Sport. Plus HD können Sie das Qualifikationsspiel zur Frauen-EM Schweiz 2025 Deutschland Österreich diesen Dienstag 16. Juli 2024 um 19 Uhr live verfolgen. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!